Guten Morgen, Freunde. Wo bin ich denn hier geladet? Was? Was für guten Morgen, Leute? Das ist ganz, ist gar nicht gut. Bin ich auf dem Schiff eingeschlafen? Oh wei, oh wei. Ich bin mitten auf dem Meer. Was ist das hier? Ist das eine riesen Ölfabrik? Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hä? Warte mal. Ey, wer bist du da oben? Die Skibidididie-Toiletten greifen mich an. Die Skibidididie-Toiletten greifen ihn an? Was? Was ist das bitte sehr? Was ist eine Skibididie-Toilette? Oh, ich weiß, was das ist. Oh nein. Warum hilft mir niemand? Wie soll ich dir helfen? Ich bin hier unten. Oh, der verhört mich gar nicht, Leute. Ich muss ihn schnell retten. Dort braucht jemand Hilfe. Was ist das überhaupt für ein Typ? Der sieht ganz und gar nicht aus wie ein normaler Mensch. Der hat irgendeine Kamera als Kopf. Hä? Oh nein, ich glaube, sie kommen immer näher. Ich muss sie angreifen. Hä? Oh nein, greif sie nicht an. Warte, bis ich komme und dir helfe. Oh nein, Freunde. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Wie helfe ich ihm? Wie helfe ich ihm? Okay, Freunde. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter und ihm helfen. Leute. Aber ich weiß nicht. Sollte ich dem Kameramann helfen, wenn er in Not ist und eine Skibididie-Toilette ihn angreift? Wenn ja, dann lasst jetzt alle ein Like da und ein Abo, Freunde. Kommt schon. Schnell, 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 schnell. Damit ich ihn retten gehe. Also, Freunde. Wenn ihr jetzt alle in drei Sekunden ein Like da lässt und ein Abo, dann gehe ich ihn retten. Den Kameramann. Und werde ihn beschützen vor der Skibididie-Toilette. Also, Freunde. Eins, zwei und drei. Habt ihr alle geliked und abonniert? Let's go. Dann werde ich ihm helfen. Warte mal. Ihr habt doch gar nicht geliked und abonniert. Kommt schon, Freunde. Schnell, schnell, schnell. Okay. Alle haben ein Like da gelassen und let's go. Oh. Ich komme schon. Ich helfe dir. Freunde. Ich muss dem Kameramann helfen. Ich muss die beschützen vor den Skibidie-Toiletten. Die sind richtig schrecklich. Freunde. Ich habe es euch versprochen. Ich werde jetzt Kameramann retten vor Skibidie-Toilette. Oh. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Oh. Das ist echt... Das dauert ja etwas hier. Okay. Oh. Zack. Ich bin oben. Let's go. Oh. Sehe ich dir das dort vorne? Dort ist ein Helikopter. Vielleicht rechnet er uns ja. Hey. Dort vorne. Ihr Helikopter. Hol mich hier ab. Oh. Diesen Kameramann. Du hast ihn hier gelassen. Oh. Nein. Er ist hier ganz alleine. Und er wird wahrscheinlich umzingelt von Skibidie-Toiletten. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen ihn retten. Hey. Kameramann. Wo bist du? Ich helfe dir, Kameramann. Wo bist du? Oh. Oh. Nein. Das ist eine Skibidie-Toilette. Was macht sie dort? Hä? Oh. Leute. Lass mich in Ruhe. Was? Oh. Nein. Sie bedroht ihn. Aber sie ist ja riesig. Und die hat irgendwas in der Hand. Freunde. Was soll ich machen? Der Kameramann braucht Hilfe. Aber ich habe Angst, Leute. Die ist richtig schrecklich. Die Skibidie-Toilette. Ganz ruhig. Okay. Tu mir bitte nicht. Oh. Oh. Nein. Was macht die? Was macht die, Leute? Lass sie in Ruhe. Oh. Nein. Oh. 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 Hey. Warte mal. Ist die verschwunden? Was passiert? Ey. Kameramann. Hey. Hey. Ich helfe dir, Kameramann. Wo bist du? Oh. Oh. Nein. Oh. Nein. Was hat die getan mit dir? Was hat die Skibidie-Toilette gemacht? Du kommst zu spät. Ich habe Hilfe gebraucht. Sie hat mich umgelegt. Oh nein, die hat dich mit dem DT umgelegt. Wir haben keine Chance mehr gegen die Skibi, die Toiletten. Oh nein, die ist verschwunden. Ich habe es gesehen. Warte mal, warst du der letzte hier? Warst du der letzte Kameramann, der überlebt hat? Oh ja, sie haben uns alle, alles... Nein, nicht, nicht sterben. Nein, nein, nein. Oh nein, was haben die getan? Werden die hier alles jetzt zerstören? Soll ich dich verarzten oder sowas? Das hilft alles nichts mehr. Oh nein, was machen die Skibi, die Toiletten? Wollen die alles zerstören? Oh ja, sie wollen die ganze Welt erobern. Was? Eure Stadt. Sam und Chris City wollen die auch zerstören? Alle meine Freunde? Oh ja, das ist ihr nächstes Ding. Du musst was geben. Nein. Die Unternehmen. Was machen wir denn jetzt, Freunde? Wir müssen irgendwie Skibi, die Toiletten aufhalten. Die sind aber viel zu stark. Ich habe doch keine Chance. Die Stadt zu verteidigen. Du hast es ja auch nicht geschafft. Du bist ein Kameramann. Du bist vielleicht der Auserwählte. Es gibt nur eine Chance. Du musst der Stärkste aller Stärksten werden. Du musst der Titan-Kameramann werden. Der Titan-Kameramann? Okay, warte mal. Ich gebe dir all meine Kraft. Was passiert hier? Was ist passiert, Freunde? Ich bin ein Kameramann geworden. Was zum... Leute, habe ich gerade eine Kamera auf meinem Kopf? Oh, warte mal. Nicht lachen, Freunde. Das ist gar nicht gut. Ich bin ein Kameramann. Und der Typ... Warte mal. Kameramann, wo bist du hin? Ich glaube, der hat sein Leben geopfert. Er hat mir die letzte Kraft gegeben, die er hatte. Und jetzt hat er mich zum Kameramann verwandelt. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich muss die Skibbit-Toilettenarmee aufhalten. Bevor die die ganze Stadt zerstören. Aber das kann ich nur schaffen, wenn ich zum Kameramann-Titan werde. Zum Titan-Kameramann. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Ich muss mich auf den Weg gegeben. Und super stark werden. Damit ich die Stadt vor Skibbit-Toiletten beschützen kann. Okay, Freunde. Ich werde noch krasser als dieser kleine Kameramann. Schaut mal. Bis jetzt habe ich nur so eine kleine Kamera auf meinem Kopf. Ich werde aber noch krasser. Vertraut mir. Ich schaffe das. Leute, warte mal. Seht ihr das? Das vorne ist eine Skibbit-Toilette. Oh, nein. Ich werde sie verfolgen, Freunde. Bleib stehen. Ich werde sie verfolgen. Schleichen daher. Oh, Mann. Die kriege ich. Freunde, es sind jetzt einige Tage vergangen. Ich bin jetzt stärker geworden. Ich merke es. Aber ich muss zum Titan-Kamerammeramann werden. Und dafür musste ich die Basis suchen. Also die Basis auffinden von den Kameramännern. Und ich glaube, die ist dort unten. Das ist die Geheimbasis von den Kameramännern. Und rein dort. Zack. Oh, hier vorne ist ein Kameramann. Hallo? Oh, ihr habt es also ge... Warte mal. Wer bist du denn? Äh, ich bin ein Kameramann. Ein Kameramann? Oh, krieg der Kameramann. Nicht so danach aus, wo sind denn die ganzen anderen Leute. Ich bin neu rekrutiert worden. Ich wurde letztens zum Kameramann vor ein paar Tagen. Zum Kameramann? Wie das denn? Wie geht das? Oh, und weißt du was? Ich möchte unbedingt zum Titan-Kameramann werden. Weißt du, wie das geht? Der eine Typ meinte, der sich geopfert hat und mich zum Kameramann gemacht hat, der meinte, dass das geht und ich zum Titan-Kameramann werden kann. Naja, es gibt eine Möglichkeit, aber die ist nicht ganz sicher. Oh, warte mal. Hier vorne diese Möglichkeit? Oh ja, genau richtig. Denn du musst diesen schweren Parcours bestehen. Doch wenn du scheiterst, naja, dann musst du mit deinem Leben bezahlen. Mit meinem Leben bezahlen? Okay, weißt du was? Ich werde es schaffen. Ich werde zum Titan-Kameramann. Oh, warte mal. Muss ich es ganz nach oben schaffen, um zum Titan-Kameramann zu werden? Ja, ich habe dir ja gesagt. Es wird nicht leicht, aber du kannst es schaffen. Ich glaube nicht. Okay, okay, Freunde, ich muss es allen beweisen, dass ich zum Titan-Kameramann werde. Ich muss es ganz nach oben schaffen. Weil wenn ich es dann schaffe, Freunde, dann bin ich der Stärkste. Oh nein, ich bin schon runtergefallen. Oh Mann, Leute, denkt ihr, ich schaffe es? Schaffe ich das, Kameramann? Naja, es wird immer schwerer und das hat bis jetzt niemand geschafft. Und zack. Let's go, Freunde, ich habe es geschafft und rüber da. Zack. Oh, das ist echt schwer, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe es eben nicht geschafft, aber diesmal schaffe ich es. Freunde, wenn ich zum Titan-Kameramann werde, dann kann ich die ganzen Skibli die Toiletten besiegen. Vorsicht, Fremder, jetzt steigt die Lava und jetzt wird es erst richtig hart. Oh nein, was? Die Lava steigt sogar? Oh ja, genau, jetzt. Wow, oh nein. Okay, ich muss richtig aufpassen, nicht, dass ich da reinfalle. Komm, Schluss, ich muss nicht den Sprung schaffen. Und Konzentration, zack. Wow, ich habe es geschafft. Der war super schwer, Leute. Okay, und jetzt hier lang. Zack, haha. Und jetzt auf die Leiter. Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare, für welches Team seid ihr? Seid ihr Team Kameramann oder Team Skibli die Toiletten? Eine Eins, wenn ihr Team Kameramann seid und eine Zwei, wenn ihr Team Skibli die Toiletten seid. Schreibt jetzt alle in die Kommentare, welches Team ihr seid. Ich hoffe, ihr schreibt alle eine Eins in die Kommentare, aber schnell. Ihr müsst alle Team Kameramann sein. Alle eine Eins in die Kommentare. Okay, und weiter geht's. Zack. Oh, das war knapp. Und jetzt hier lang. Wow, Leute, ich bin Profi da drin. Ich werde es schaffen bis ganz nach oben. Boah, es geht ja richtig weit nach oben. Aber jetzt wird es immer schwerer und schwerer. Du musst jede Stufe schaffen. Jede Stufe? Und warte mal, werde ich auch pro Stufe stärker? Genau richtig. Du wirst pro Stufe immer stärker. Oh, werde ich denn auch krasse Fähigkeiten als Kameramann erlangen? Nur die besten, die du dir jemals vorstellen kannst. Okay, die Fähigkeit möchte ich lernen, Leute. Ich werde es schaffen. Die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist schon hier vorne. Dann werde ich bestimmt stärker. Und zack. Oh, vielleicht werde ich mich dann auch verwandeln, Leute. Wie krass wäre das denn? Oh, jetzt muss ich da lang. Zack. Oh, das ist so schwer. Ich darf nicht in die Lauer fallen. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Stufe dort vorne. Komm schon. Und weiter geht's. Wow, Freunde, ich habe die nächste Stufe erreicht. Was passiert hier? Oh, seht ihr das? Ich habe mich verwandelt. Let's go. Wow, ich bin wieder stärker geworden. Warte mal. Ich spüre es, Leute. Ich kann irgendwie höher hüpfen. Oh, seht ihr das? Ich habe Jump Boost. Oh, ich wusste es. Meine Füße, meine Beine sind viel stärker. Jetzt kann ich höher hüpfen. Jetzt wird es einfacher. Jetzt wird es einfacher, Leute. Und ich seht, ihr seht, ich verwandle mich langsam. Seht ihr das, Freunde? Oh, Leute, let's go. Und weiter geht's jetzt hier an die Leiter. Bam. Ich bin richtig stark geworden. Und seht ihr das? Ich bin fast zum vollständigen Kameramann geworden. Ich werde immer krasser. Ich glaube, das ist schon die zweite Version von denen. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Weiter geht's, Leute. Bam. Hier nach oben. Jetzt da vorne nach oben. Warte mal. Wo geht's weiter? Ah, dahin. Und zack. Hier kann ich drauf springen. Oh, habt ihr das gesehen? Boah, ich wusste es, Alter. Das ist echt knapp. Ich falle fast in die Lava. Aber ich riskiere es, Freunde. Um die ganze Stadt zu retten. Und meine Freunde. Let's go. Ich habe es geschafft, Freunde. Und jetzt dahin. Ah, zack. Oh, Mann. Ist das knapp. Ich darf auf keinen Fall runterfallen. Gleich werde ich noch eine viel, viel krassere Form erreichen. Darauf freue ich mich schon, Freunde. Aua, ich bin runtergefallen. Oh, nein. Ah, okay. Hier entlang. Zack. Oh, nein, Freunde. Ich glaube, ich habe noch 67 Sekunden, um in die nächste Zone zu kommen. In die nächste Stufe. Um mich zu verwandeln. Seht ihr das? Da steht nur noch 60 Sekunden. Ich muss mich beeilen. Und zack. Oh, hier entlang. Hier entlang. Und komm schon. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Komm hier nach oben. Und bam. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Ich habe nur noch 50 Sekunden. 50 Sekunden. Schnell. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Und ich muss alle meine Freunde retten. Ich schaffe das. Ah, zack. Oh, ich bin in der nächsten Stufe. Ich habe es geschafft, Freunde. Oh, ich hatte nicht mehr viel Zeit übrig. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Let's go. Werde ich mich jetzt wieder verwandeln? Oh, seht ihr das? Da passiert was. Let's go, Freunde. Wir sind super groß geworden. Äh, warte mal. Hä? Hä? Ist das dort vorne, Leute? Ist das Titan Speaker Man? Ähm, du bist doch auf meiner Seite, oder nicht? Hallo, ich bin Titan Speaker Man. Titan Speaker Man? Ähm, weißt du? Ich werde zum Titan-Kameramann, um der ganzen Welt zu beweisen, dass ich die ganze Skibby-Diamée alleine erledigen werde. Äh, äh, dass ich nicht lache. Hä? Äh, aber schau mal. Du bist ein Titan-Kameramann. Äh, ich bin schon... Was ist das Zeug dafür? Ich hab das Zeug dafür. Guck mal, ich bin schon viel stärker und viel größer geworden. Leute, schaut mal. Ich bin größer als davor. Oh, ich hab den neuen Anzug. Um Titan-Kameramann zu werden, musst du erst mal an mir vorbei. Um Titan-Kameramann zu werden, muss ich an dir vorbei? Okay, dann lass uns kämpfen. Oh nein. Wow. Wow. Oh, Alter, wie krass ist das denn? Hey, komm her, Mann. Zack, nimm das. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Jetpack. Nimm das, Junge. Zack. Haha. Du bist runtergefallen. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich runterfalle und nicht wieder hoch kann. Ich hab ein Jetpack. Oh, du hast ein Jetpack? Was? Ja, kann ich. Ey, ich werde noch stärker als du später. Warte ab, ich krieg dich. Ich krieg dich. Komm her, Junge. Ich warte im letzten Level auf dich. Du wartest im letzten Level auf mich? Okay, Freunde, ich muss schnell nach oben. Anscheinend wollen die mich testen und Titan-Speaker-Man wartet jetzt dort oben und ich muss gegen den am Schluss kämpfen. Och, Leute, ich werde es nur schaffen. Ich werde ihn nur besiegen können, wenn ich am Schluss ein TV-Ein-Titan-Kameramann bin. Deshalb, Leute, ich würde sagen, beeilen wir uns. Komm schon, bis ganz nach oben. Let's go, Freunde. Hier lang. Und zack. Haha, geschafft. Let's go. Und jetzt hier lang. Wow. Oh, Mann, wir werden es schaffen. Bis ganz nach oben. Freunde, bis zum Bein. Bevor die ganze Skimmy-Diamee anreift. So, zack, hier lang. Und wow. Wir sind gleich schon in der nächsten Stufe, Freunde. Wahrscheinlich werden wir uns dann wieder verwandeln. Wow. Warte mal. Ich bin schon wieder größer geworden in der nächsten Stufe. Oh, ich sehe so krass aus, Leute. Das ist also die Vorstufe vom Titan-Kameramann. Ich bin bald soweit, Leute. Bald bin ich der Titan-Kameramann. Schaut mal, ich habe dort ganz, ganz unten angefangen. Nicht mehr weit und ich bin ganz, ganz oben. Schaut, Freunde, ich muss dort vorne hin. Okay, komm schon. Und jetzt schaffe ich es. Oh, ich habe sogar coole neue Waffen bekommen als Titan-Kameramann. Also als Vorstufe vom Titan-Kameramann. Ich frage mich, wie stark ich bin, wenn ich später der Titan-Kameramann bin. Wenn ich jetzt schon so stark bin. Und zack, rüber hier. Und jetzt muss ich hier an die Seite. Kommt schon, Freunde. Und wow. Zack. Oh, war das krass, Mann. Oh, nein. Da kommt jemand angeflogen. Wer ist das, Leute? Oh, wie riesig ist die denn? Oh, nein. Was? Oh. Alter. Nein, was hat der in der Hand? Ey, ganz ruhig. Was willst du? Ey, ich glaube, der will aufhalten. Der will mich aufhalten davon, dass ich zum Titan-Kameramann werde. Aber wisst ihr was, Leute? Er kann mich nicht aufhalten. Nimm das, gib mir die Toilette. Bam. Haha. Wow. Zack. Ich werde dich aufhalten. Boom. Nimm das. Bam. Oh, nein. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Zack, drauf da. Komm her, Mann. Wenn ich dich besiege, dann wirst du draufgehen. Zack, nimm das. Oh, nein. Oh, nein. Sie hat eine Kettensäge. Die Skibit-Toilette hat eine Kettensäge. Leute, die will bestimmt nur, dass ich es nicht schaffe, sie zu besiegen, damit ich zum Titan-Kameramann werde. Weil die haben Angst vor Titan-Kameramann. Deshalb, komm her, Skibit. Oh, nein. Er baut mich runter. Weißt du was? Nimm das. Bam. Haha. Und weiter drauf da. Junge, ich bin schon so stark geworden. Let's go. Bam. Weg mit dir. Zack. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Ich muss aufpassen. Ah. 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 Ja. Nimm das. Wow. Bam. Zack. Zack. Drauf da. Wow. Haha. Let's go. Skibity. Ich habe Skibity besiegt, Leute. Er hat keine Schotze. Und jetzt weiter nach oben. Zack, Junge. Ich bin schon so stark geworden. Ich bin gleich der Titan-Kameramann, Leute. Vertraut mir. In der letzten Stufe schaffe ich es. Leute, ich habe es gleich geschafft. Komm schon noch ganz bisschen hier über die Honigblöcke. Oh, das ist schwer, Leute. Nicht, dass wir drauf stecken bleiben. Und jetzt. Oh, nein. Wie kommen wir so weit? Okay, wir müssen noch vorne auf den Schleimblock springen. Das schaffen wir, Freunde. 100%. Oder warte mal, lieber auf den anderen Schleimblock. Freunde, das ist der entscheidende Sprung. Ob ich es schaffen werde, zum Titan-Kameramann zu werden. Ja oder nein. Und wenn ich es werde, dann werde ich Skibity die Toiletten aufhalten, Freunde. Let's go. Wow. Zack. Alter. Ich habe es geschafft. Und jetzt schnell nach oben. Kommt schon. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Zack. Oh, und. Zack. Warte mal. Dort vorne ist Speakerman. Und ich komme her, Speakerman. Oh, Speakerman. Du bist doch eigentlich auf meiner Seite. Wir müssen zusammen die Toiletten besiegen. Ich habe sogar dort unten einfach eine riesen Skibity die Toilette besiegt. Nicht schlecht. Aber das ist gar kein Problem für mich. Das war bestimmt nicht mal G-Man. Wenn wir G-Man treffen, den müssen wir besiegen. Wow. Was redet der, Leute? Oh, warte mal. Ich verwandle mich schon wieder. Ich verwandle mich so Titan-Kameramann. Wow. Wow. Alter. Ich bin so... Ich bin jetzt so groß wie du. Du bist Titan-Speaker-Man. Ich bin einfach Titan-Kameramann. Du bist jetzt Titan-Kameramann. Jetzt. Und weißt du was? Was denn? Und ganz wichtig. Bevor G-Man kommt, muss ich dir ein paar Waffen geben. Oh, okay. Gib mir schnell ein paar Waffen. Warte mal. G-Man, das ist doch der Boss der alten Simi die Toiletten, oder nicht? Oh, der ist jetzt richtig stark. Wenn wir den besiegen, dann besiegen wir alle Simi die Toiletten. Freunde, so viele Tage sind vergangen. Ich bin so stark geworden. Und jetzt bin ich einfach Titan-Kameramann. Schaut mal, ich habe sogar ein Jetpack. Ich kann einfach damit fliegen. Wow. Wie krass ist Dustin? Damit werde ich jede Simi die Toilette auslöschen. Und gleich waren wir uns bereit für den Kampf. Hey, welche Waffen willst du mir geben? Kriegst du dir einmal den Simi die Zerstörer? Den Simi die Zerstörer? Wow. Das ist ja ein riesen Simi die Zerstörer. Den, den, Alter, den werde ich auf jeden Fall benutzen. Mit dem werde ich alles zerstören, Leute. Hier trägst du die Skibbidi-Waffen-Ax und hier trägst du den Skibbidi-Core. Wow, Skibbidi-Ax und Skibbidi-Core. Wow, die ist riesig, die Ax. Und mal schauen, was die Waffe drauf hat. Wow. Ein riesen Blitz ist entstanden. Alter, die ist krass. Und was hat diese Waffe drauf? Hey, nicht auf jeden Fall festen. Die kann einen Core anstellen. Okay, ey. G-Man, wir warten auf dich. Komm her, Junge, wir erledigen dich. Mit dem Skibbidi-Zerstörer. Wo ist der hin? Der müsste jeden Moment eintreffen. Da ist G-Man. Oh, nein. Oh, der macht mir so komische Geräusche, Leute. Jetzt gib mir die Toilettengeräusche. Komm her, Mann, ich besiege dich. Nimm das. Bamm. Wow. Zack. Und drauf da. Wow. Zack. Haha. Boah, er ist runtergefallen. Er hat keine Schotze. Nimm das. Wow. Er kann sich in den Ergang fliegen. Wow, guck mal, wie ich ihm gebe, Alter. Wow. Wow, du hast echt viele Sprengkraft vorhören. Okay, und jetzt weiter drauf da. Komm schon, ich kann auch fliegen. Und macht mir gut nach. Und zack. Boom. Nimm das. Wow, ich habe Skibbidi-G-Man besiegt. Let's go, Freunde. Alter, das waren 100 Tage vom Kameramann-Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin einfach zum Titel-Kameramann ganz am Schluss geworden. Und, Alter, wie krass war das bitte sehr. Dieser Kampf war episch. G-Man hat keine Schotze gegen uns zwei. Der hat keine Schotze. G-Man ist nicht das einzige Skibbidi-Monster. Es gibt auch viel stärkere als Skibbidi. Okay, ey, Freunde, ich würde sagen... Lasst einen Abon und ein Like da, falls ihr mehr Skibbidi-Videos sehen wollt. Also, Freunde, falls ihr weitere Skibbidi-Videos nicht verpassen wollt, dann drückt jetzt auf die nächste Folge. Und aktiviert die Glocke und lasst ein Like, ein Abo. Und schaut unbedingt bei meinem Freund Simlucky vorbei, die wir heute beschützt haben. Auf die nächste Folge drücken, drauf drücken. Schnell, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.